hallo liebe leute willkommen zurück beim daily ranking wir sind mal wieder in rocket league unterwegs und ich war heute nicht mal beim arnst wegen meiner erkältung und dem ganzen quatsch und weil ich nebenbei noch übelkeit habe und bauchschmerzen oh nice hallo ah dankeschön so weil ich nebenbei noch übelkeit und bauchschmerzen habe ja und er hat mich krankgeschrieben für zwei tage und hat gesagt schon kost und ingwertee und bisschen was gegen magensäure und so weiter und so fort demnach und husten habe ich immer noch logischerweise ich wusste gar nicht dass ingwertee gegen reizhusten hilft das ist mir etwas neues aber wir versuchen trotzdem eine runde zu gewinnen auch noch gekriegt sehr gut woha nice safe nice safe nice safe ihr könnt jetzt nicht sagen hab ich noch behindert danach oh shit den hätte ich oben kriegen müssen was für eine krassen leute bin ich denn hier gelandet ey die gehören definitiv eigentlich nicht auf meine meinen skill level oder ich bin gerade da neben mir den hab ich ganz schön gefällig liegen lassen ne gefällt mir nicht schade ich wollte eigentlich ein bisschen mehr stoppen hab ich aber dann nur gegen die wand gedrückt mit dem schwung den ich schon hatte ich kann den echt nicht vorhersagen weil die immer alle gleichzeitig im ball sind wenn der ball geht oh gott der ist aber mir nicht aus als würde er in der nähe vom ball stehen ich habe irgendwie die falsche brille drin auch damit sind eher wussten müssen seitlich um mir von der seite zu erwischen wenn der mal nicht rausgespielt ist jetzt mach rein junge ach komm ich dachte schon einen trifft da nicht ey ach ich hab keinen boost null nada nix ah shit ah ja komm gut anspult mit dem meckernlack dankeschön alter will klappen wenn du nichts sinnvolles zu sagen hast ich bin vielleicht nicht so gut wie du aber deswegen muss ich trotzdem nicht so Bullshit schreiben die ganze zeit auch kommen die fahr'n da super langsam ran ey die fahr'n super langsam ran ey die fahr'n super langsam ran ey Ach komm Sie haben den mega Überblick gerade hier Alle die hier rumfahren Also da, da hatten sie gar keinen Überblick Komm schon Ein bisschen Gegner weg Steht ja hier 1-2, naja Fängt halt an zu Freestyle anstatt Er hätte es halt auch so nehmen können, dass er in linke Ecke geht und dann die rechte Dann wäre es auch dringewesen, direkt Wäre manchmal auch anders dringewesen LUL Schick 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 Was ist das? und Name. Zeig doch einfach einen Balken an, wenn dann das eh nicht mehr lesen können soll, angeblich. Oh man, wie ich das hasse. Ich seh die Leute nicht, wenn die mit einem blauen... Wenn die mit einem blauen Pfeil vor blauen Hintergrund fahren. Der müsste ein bisschen offensichtlicher sein als blau-weiß. Oh, blau, blau, blau. Er lief halt instant, weißt du? Es steht 0, 2. Üh, lief. Das darf ich auch lieben? Warum kann ich denn nicht für Aufgabe abstimmen? The fuck. Warum gibt es mir die Option nicht mehr für Aufgabe abzustimmen? Egal wo ich ihn fahre, die machen immer woanders hin. Ach komm! Da kann man ja was bullshit machen. Hui! Ich komme echt nicht schnell genug auf für sowas. Ich bin immer ein bisschen aggressiver. Oh fuck. Rein machen müssen. Neu boost! Bin zum Tor, aber... Wow. Neu boost. Ja, hier ist auch alles geklaut. Da ist boost. Rein boost. Ach. Ich komme bisher noch dagegen. Wie die Bälle an der Wand fliegen, ist für mich unvorhersagbar. Das ist komplett unklar. Ich verstehe es nicht. Gibt es irgendwie ein System oder ist es einfach random? Das wäre mal echt schön für mich zu wissen. Ich habe eigentlich keine Lust auf den Quatsch. Achso, und eigentlich wurde mir natürlich vom Arzt auch noch empfohlen, dass ich möglichst ruhig bin, weil mein Reizwisten nicht so getriggert würde, wenn ich nicht rede, habe ich festgestellt. Und dann hat der Arzt ja gemeint, dann reden sie halt nicht. Ja, fliege ich mal eine Runde. Und hier ist kein Boost. Schlecht. Wow. Da habe ich abgefuckt und dann kam das. Nein. Nein. Fickt euch. Spielt. 4 Minuten 30. Nööö. Nööö. Ja, bin ich gespannt. Na, na. Oh nein. Ernsthaft? Kann man den noch verhauen? Das verstehe immer einer. Warum? Ich hatte dafür. Ja, wird schön. Habe ich auch mal richtig schönes Eingemacht. Zack. Gut geklärt. Wow. Na komm. Ach, er steht ja zweimal im Weg, Mann. Der Gerrkraft doch. Ich kicken in den fucking Wall rein. Oh, das ist aber auch ein Pech. Ach. Wie hat er den denn so langsam gekriegt in der Luft? Oh, das ist so. Boah. Oh lol. Ich geh halt davon aus, irgendjemand hitte den fucking Wall. Da fahren alle vorbei. er ist nicht zurückgefahren das hat zur seite spiel fertig lernt was draus dass du da nicht boost holen gehst wenn du letzter mann bist zu der seite macht man einfach nicht die ganz nach hinten boost holen also haben sie auch unglaublich diesen lack gehabt mit ihrer verteidigung ich habe doch unglaublich lack bei dem togo gerade ach ja komm es gibt mir doch nicht einen mit wo sind jetzt deine vier tore michael wieso fliegt der zur seite wenn ich über allen bin und den nach vorne kicken müsste ich hab kein boost kein boost kein boost kein boost hab kein boost ja 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 so das timing von meinen teams immer warum müssen die leute immer alle bälle spielen alle die irgendwo in die nähe fallen wenn nur zwei für michael ich spiele mich langsam aber sicher nach unten so habe ich das hier noch einer schon bock mehr fährt nicht mehr läuft lol ach das war ein party matchmaking und ich frage mich warum wir so ver- ach so ne scheiße ob wir dann geht es auch aber wenn wir seinen